hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren ausgabe von andys kinoblog ja eine woche ist wieder rum und heute haben wir wieder unseren filmtipp der woche so schnell kann es gehen ja natürlich habe ich auch heute wieder einen ganz ganz exzellenten und tollen studiogast in meiner sendung der auch seinen filmtipp der woche euch präsentiert aber bevor wir zu dem kommen natürlich habe ich noch so ein paar kleinigkeiten die ich mal heute wieder mit euch belabern möchte und ja die letzten eineinhalb bis zwei wochen kennt ihr ja noch das ganze problem mit unserem kleinen internet beziehungsweise youtube terroristen wie der film gespenst das so ausgedrückt hat ist vorbei oder rum und muss ganz klar sagen dass diese zeit jetzt ohne diesen kleinen terroristen mir sehr sehr gut getan hat die ganze last ist jetzt von meinen schultern und ich glaube bei dem einen oder anderen geht es genauso von euch und wie gesagt ich bin froh dass das ganze so gut ausgegangen ist dass wir das gut geregelt haben und dazu möchte ich auch noch mal ein ganz ganz großes dankeschön an das film gespenst senden und natürlich auch an torstens filmkritiken der hier auch sehr seriös und anständig gehandelt hat oder auch an den markus aber wir können jetzt so viele leute noch nennen aber das würde jetzt gar nicht mehr reichen die zeit und das waren auch so die haupt betroffenen und ich bin froh dass wir als community doch zusammenhalten ich muss ja sagen dass ich ja noch mehr oder weniger ein neuling in der ganzen szene bin und dass ich halt sehr früh mit solchen problemen konfrontiert worden bin konnte ich nicht ahnen dass so was über youtube überhaupt möglich ist weil ich wollte an boxing filme machen um den leuten oder mit den leuten mich nicht zu ärgern oder dass es überhaupt da ärger gibt über youtube sondern ich möchte einfach mit meinen videos leute erreichen die auch filme mögen und ja bock haben auf filme und denen natürlich meine editionen oder meine ganzen schätzchen zeigen kann und natürlich vielleicht kann ich dann bei dem einen oder anderen dadurch eine kaufentscheidung herbeiführen und wenn derjenige dann dadurch glücklich ist bin ich zufrieden und alles ist gut also wie gesagt ich bin froh dass die community so schön zusammenhält und daher noch mal danke und ich bin froh dass dieses thema jetzt endlich ad acta gelegt wurde oder gelegt ist gott sei dank ja ich hoffe ihr habt dieses ganze pfingstwochenende in harmonie und mit freunden oder familie verbracht leider war das wetter ja zwischendurch in deutschland ja wechselhaft bei uns war es zwar warm aber es war immer wieder kleine schauer dann mal wieder sonne dann hat es immer wieder richtig geknallt die sonne ohne ende dann gab es wieder regen und so weiter und so fort in einigen deutschland teilen deutschlands war es ja richtig warm und ich hoffe ihr konntet richtig schön grillen und ja ich habe ja mein neues carport am wochenende eingeweiht mit ein paar freunden und dann haben wir natürlich auch einen über den durst getrunken und ja es war sehr schön hat mich gefreut alles und hat auch spaß gemacht und ich hoffe wie gesagt ihr hattet auch ein schönes wochenende und ja aber ich plapper mal wieder viel zu viel ich würde einfach sagen ich komme heute erst mal zu meinem filmtipp der woche und zwar mein filmtipp der woche ist der film ziemlich beste freunde und das ganze ist eine französische produktion ja soll man gar nicht meinen dass auch die mal die franzosen mal was ganz tolles auf die beine bringen und dieser film hat natürlich in den kino charts wirklich auch bombastisch eingeschlagen war auch super und meine editionen die ich zum beispiel oder meinen meine blu ray die ich jetzt von von diesem film habe ist die limited fan edition von ziemlich beste freunde wurde ja auch schon das ein tschuldigung das eine oder andere mal in youtube hier von einigen unboxern von uns vorgestellt und wie gesagt das ist die fan edition die haben wir ganz viele sachen drauf ist es auch eine stein limitierte auflage es gibt 12.345 exemplare und ich habe 6108 kann ich einmal kurz zeigen aber darum geht es jetzt gar nicht ich will das jetzt nicht an boxen das könnt ihr ja noch bei den kollegen von von mir sehen auf dem unboxing kanal kanälen die diesen diese schöne edition schon ausgepackt haben ja ich möchte jetzt gar nicht so großartig auf die geschichte eingehen weil die geschichte eigentlich ja sie ist zwar nicht wirklich komplex es geht hier um eigentlich um zwei menschen die aus komplett verschiedenen lebenswelten kommen der eine ist reich ist querschnittsgelähmt der andere kommt aus einem französischen ghetto mehr oder weniger ist ein schwarzer und ist arbeitslos und dieser arbeitslose versucht arbeit zu bekommen und der muss sich halt alle paar monate wohl irgendwo bewerben und dafür auch eine unterschrift bekommen dass er abgelehnt worden ist und er hat sich halt an diese situation so stark daran gewöhnt dass er nie eine arbeit bekommt oder dass er keine chance bekommt wahrscheinlich aufgrund erstens mal der der wirtschaftlichen situation natürlich wahrscheinlich wegen seiner hautfarbe und vielleicht hat der gute mann ja auch noch eine kleine kriminelle hintergrundgeschichte was man aber in dem film nicht so wirklich heraus sehen oder hören kann ja es kommt der tag der kommen musste dieser gute arbeitslose gris nennt er sich muss sich bei dem sehr reichen mann vorstellen und ja der gute mann soll natürlich gepflegt werden die brauchen einen der einen tagesbetreuer für ihn und er stellt sich davor ging schon davon aus dass er eigentlich abgelehnt wird und er soll aber am nächsten tag wiederkommen und dann geht die ganze geschichte eigentlich los ja es kommt so wie es kommen muss der gute dries wird eingestellt mehr oder weniger oder ja durch eine wette eher gesagt sagte er so dass erst keinen also er würde wetten dass er es keine zwei wochen hier aushalten würde und ja diese wette ist er eingegangen er darf auch in diesem tollen anwesen haus wohnen und ist dann länger wie zwei wochen dabei und natürlich aus dieser ganzen geschichte entsteht eine super dicke fette freundschaft die beiden erleben wirklich tolle sachen zusammen und der mann der im rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist ich würde ja gerne seinen namen nennen aber ich habe total vergessen gerade keine ahnung müsste jetzt somit leben bekommt auch neue lebensqualität und kann wieder leben stadt seiner trotz seiner behinderung das schöne an dem film ist halt dass hier witz humor ein kleines bisschen action auch mit eingepackt wird und hier geht es wirklich um eine freundschaft die ihnen letzten oder in dieser ganzen zeit entstanden ist und die auch wirklich diese geschichte auf eine ganz ganz authentische geschichte zurückzuführen ist und die beiden sind bis heute noch befreundet ja ich kann oder will auch gar nicht mehr viel zu dem film sagen weil ich kann nur sagen guckt euch den film an er ist zwar ab fsk 6 ab fsk 6 also man kann hier nicht wirklich davon ausgehen dass wir gewalt oder action oder explodierende autos in diesem film zum vorschein kommen also für diejenigen die den film noch nicht gesehen haben ansonsten kann ich euch wirklich nur empfehlen wenn ihr diesen film noch nicht habt geht einfach mal in der videothek holt euch den film leitet euch den mal aus und macht mal einen schönen abend und guckt ziemlich beste freunde ich muss gestehen ich habe den film auch erst vor einiger zeit geguckt er ist ja schon ein bisschen länger auf dem markt und ich habe mich immer davor gescheut ihn zu kaufen weil ich auch nicht im kino war aber ich muss ganz sagen er hat mich echt überrascht weil er wirklich gut ist und auch lustig und zwischendurch muss man auch richtig mal gut lachen und es ist wirklich ein schöner film ja die limited oder limitierte fan edition ist noch erhältlich bei amazon ich habe sie für 19 euro bekommen ich habe sie aber schon für 54 euro beim mediamarkt stehen sehen also kann ich nur sagen zugreifen hier ist wirklich jede menge bonus material drin ich halte sie mal näher an die kamera ran wir haben hier mehrere blu rays drin mit extras wir haben hier mehrere dvds drin mit extras und dem ganzen film wir haben hier eine laufzeit der blu ray von 112 minuten und eine 5.1 dts hd audio spur also das hört man auch der film ist wirklich wirklich gut gemischt worden also soundqualität sprache also dieser film der lebt ja wirklich nur von von den dialogen kann man nur sagen sind wirklich glasklar sind kommen gut rüber ist gut gemischt worden wie ich schon sagte und das bild ist wirklich störungsfrei also man hat hier keine artefakte drin beziehungsweise bildrauschen oder körnung also kann nur sagen eine ganz ganz gut aufgearbeitet nach dem neuesten stand der technik als blu ray also wie gesagt ziemlich beste freunde gibt es auf dvd und auf blu ray kann ich nur sagen ja daumen hoch und das war mein filmkipp der woche lege ich mal kurz auf seite ja kommen wir nun zu meinem studiogast der studiogast den ich heute habe ist der kanal blu ray neuheiten und zwar hinter dieser ganzen geschichte verbirgt sich ein junger mann der ali heißt und der ali hat derzeit 253 abonnenten finde ich noch ein bisschen wenig für seinen kanal weil sein kanal ist wirklich super hammer geil warum ist der geil ganz einfach erstens mal ali präsentiert sich vor der kamera und so wie ich das tue oder viele andere er zeigt mich nur seine hände und macht unboxing videos sondern er hat auch immer die story direkt parat eine kleine kritik vielleicht noch dazu und recherchiert das was er sagt auch hundertprozentig nicht so wie ich manchmal da war ich ja auch geistigen dünnschiss daher und ich kann nur sagen er ist ein sehr sehr sympathischer typ es macht spaß ihm zuzugucken und ich würde gerne auch mehr projekte mit ihm machen das war auch jetzt gleichzeitig auch ein aufruf an ihn und ja kann nur diesen kanal blu ray neuheiten euch absolut 100 prozent empfehlen und ali hat heute für mich auch beziehungsweise für euch oder für uns auch eine kleine filmkritik beziehungsweise einen film tipp der woche und ich würde jetzt einfach sagen lieber ali hau rein die bühne gehört dir und du bist jetzt dran danke anny dass ich heute in deiner sendung dabei sein darf ich freue mich den zuschauern meinen persönlichen filmtipp der woche zu präsentieren ich habe mich für den film running scared mit paul walker in der hauptrolle entschieden einfach aus dem grunde weil der film meiner meinung noch ziemlich untergegangen ist und zu unrecht wie ich finde denn der film hat ordentlich potenzial es geht halt darum dass joey gespielt von paul walker er und seine komplizen geraten bei einer drogenübergabe in einen schusswechsel und dabei wurden polizisten erschossen er hat die aufgabe die tatwaffe zu beseitigen nimmt sie mit nach hause und versteckt sie in seinem keller und bemerkt nicht dass der kleine nachbarsjunge orlick ihn dabei beobachtet hat und kurze zeit später nimmt er die waffe an sich und erschießt da mit seinem brutalen stiefvater und macht sich dann hinterher vom acker joey hat das ganze mitbekommen und ist nicht sonderlich begeistert denn er steht jetzt ordentlich unter druck und stress denn er muss die waffe wiederfinden und das ganze erpuppt sich nicht als einfach denn das ganze wird für ihn wie ein ritt durch die hölle ihm sitzen die russische mafia im nacken und natürlich seine komplizen denn die waffe kann natürlich wieder zurückverfolgt werden und das ganze ist nicht gut außerdem zeigt der film auch eine andere seite von der stadt los angeles ich glaube ich spielt der film in los angeles genau und das los angeles hat nicht nur die stadt der engel ist sondern auch eine ganz andere seite hat eine böse seite und das ganze in einer atmosphäre die wirklich wirklich düster ist und da werden menschen gezeigt wo man denkt oh die sind ganz nett und freundlich und hinterher im dunklen zu hause sind die ganz anders und das ganze ist wirklich interessant zu sehen und was darf für menschen ihm über den weg laufen und der film lohnt sich auf jeden fall ja das ist also mein film der woche running scared mit paul walker in der hauptrolle wer den film noch nicht kennt unbedingt anschauen es lohnt sich wirklich und ja damit übergebe ich auch wieder an andy zurück und wünsche euch natürlich viel spaß weiterhin beim zuschauen und verabschiede mich hier mit auf wiedersehen ciao ja das war der ali mit seinem channel blu ray neuheiten und seinem filmtipp der woche und dazu noch mal vielen vielen lieben dank lieber ali dass du das heute gemacht hast ganz toll daumen hoch und ja das war sein filmtipp der woche wie gesagt ali hat 253 abonnenten und ich denke da geht noch jede menge mehr also gibt euch einen ruck geht auf seinen kanal schaut euch seine videos an ich finde den kanal klasse und mehr kann ich dazu nicht mehr sagen ja das war es auch schon von mir mehr habe ich jetzt auch nichts oder nicht mehr für euch und ich würde sagen wir sehen uns bei meinem nächsten unboxing video und noch mal ganz ganz recht herzlichen dank an den ali blu ray neuheiten auf jeden fall kanal bitte abonnieren ich blende ihn natürlich während der ganzen show noch mal zwischendurch immer mal wieder ein und am schluss könnt ihr ihn auch auf den kanal gehen und dann wenn ihr lust habt einfach mal abonnieren und vor allen dingen ganz klar daumen hoch also in diesem sinne ab in die rinne ich wünsche euch was bleibt bitte alle gesund ja und wir sehen uns bei meinem nächsten unboxing haut rein bis dann euer andy von andys kinoblog macht's gut bis dann ciao abonnenten Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018